sagen Das Mädchen sagt Das Mädchen sagt die Wahrheit. Das Mädchen sagt der Mutter die Wahrheit. Das Mädchen sagt der Mutter die Wahrheit. Das Mädchen sagt der Mutter. Das Kind gibt den Ball. Das Kind gibt dem Mann den Ball. Das Kind gibt dem Mann den Ball. Schreiben Mein Bruder schreibt Mein Bruder schreibt Mein Bruder schreibt einen Brief Mein Bruder schreibt der Schwester einen Brief Lesen Lesen Die Frau liest Die Frau liest Die Frau liest das Buch Die Frau liest das Buch Die Frau liest dem Kind eine Geschichte vor Die Frau liest dem Kind eine Geschichte vor Kaufen 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 Mein Vater kauft 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 Der Mutter Blumen Mein Vater kauft der Mutter Blumen. verkaufen verkaufen der Verkäuferin verkauft der Verkäuferin verkauft der Verkäufer verkauft das Auto der Verkäufer verkauft das Auto der Verkäufer verkauft dem Mann das Auto der Verkäufer verkauft dem Mann das Auto zeigen zeigen die Lehrerin zeigt die Lehrerin zeigt die Lehrerin zeigt das Bild die Lehrerin zeigt das Bild die Lehrerin zeigt den Schülern das Bild die Lehrerin zeigt den Schülern das Bild schicken schicken mein Freund schickt mein Freund schickt eine Nachricht mein Freund schickt eine Nachricht mein Freund schickt eine Nachricht mein Freund schickt und der Schwester eine Nachricht nehmen 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 der Junge nimmt der Junge nimmt den Ball. der Junge nimmt dem Mädchen den Ball weg. der Junge nimmt dem Mädchen den Ball weg. bringen bringen die Kellnerin bringt die Kellnerin bringt die Kellnerin bringt das Essen. die Kellnerin bringt dem Gast das Essen. die Kellnerin bringt dem Gast das Essen. erzählen erzählen der Großvater erzählt der Großvater erzählt der Großvater erzählt eine Geschichte der Großvater erzählt eine Geschichte der Großvater erzählt dem Enkel eine Geschichte der Großvater erzählt dem Enkel eine Geschichte schenken schenken die Schwester schenkt die Schwester schenkt die Schwester schenkt ein Buch die Schwester schenkt ein Buch die Schwester schenkt dem Bruder ein Buch die Schwester schenkt 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 Erleiht den Stift. Erleiht der Freundin den Stift. Empfehlen. Empfehlen. Der Arzt empfiehlt. Der Arzt empfiehlt das Medikament. Der Arzt empfiehlt dem Patienten das Medikament. Der Arzt empfiehlt dem Patienten das Medikament. Backen. Backen. Die Bäckerin backt. Die Bäckerin backt. Die Bäckerin backt Brot. Die Bäckerin backt Brot. Die Bäckerin backt dem Kunden Brot. Die Bäckerin backt dem Kunden Brot. die Bäckerin backt dem Kunden Brot. Zeigen. Die Bäckerin backt dem Kundenagedorn. Die Bäckerin backt dem Künstler. Der Künstler zeigt das Gemälde. erklären Der Lehrer erklärt. Der Lehrer erklärt. Der Lehrer erklärt die Aufgabe. Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe. Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe. antworten antworten Die Schülerin antwortet Die Schülerin antwortet Die Schülerin antwortet dem Lehrer wünschen wünschen wir wünschen wir wünschen wir wünschen einen schönen Tag wir wünschen wir wünschen dem Freund einen schönen Tag wir wünschen wir wünschen wir wünschen dem Freund einen schönen Tag helfen 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 sie hilft sie hilft sie hilft dem Kind dem Kind dem Kind besuchen 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 die Familie besucht die Familie besucht das Museum die Familie besucht mit den Großeltern das Museum die Familie besucht mit den Großeltern das Museum rufen 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 Der Lehrer ruft den Schülern zu Hilfe. Der Lehrer ruft den Schülern zu Hilfe. Kochen Kochen Die Mutter kocht. Die Mutter kocht. Die Mutter kocht das Essen. Die Mutter kocht das Essen. Die Mutter kocht der Familie das Essen. Die Mutter kocht der Familie das Essen. Malen 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 Der Junge malt ein Bild. Der Junge malt der Schwester ein Bild. Der Junge malt der Schwester ein Bild. Tragen Die Frau trägt. Die Frau trägt. Die Frau trägt die Tasche. Die Frau trägt dem Mann die Tasche. Lesen Der Schüler liest Der Schüler liest Der Schüler liest das Buch Der Schüler liest Der Lehrer zeigt. Der Lehrer zeigt. Die Lehrerin zeigt das Video Der Lehrer zeigt den Schülern das Video Der Lehrer zeigt das Video Bauen Bauen Der Mann baut Der Mann baut Und der Familie ein Haus. Holen Holen Die Frau holt Die Frau holt Die Frau holt die Zeitung Die Frau holt dem Mann die Zeitung Öffnen 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 Der Junge öffnet die Tür Der Junge öffnet der Schwester die Tür Schließen Der Junge öffnet der Schwester die Tür Schließen Schließen Der Mann schließt Der Mann schließt Der Mann schließt das Fenster Der Mann schließt das Fenster Der Mann schließt der Frau das Fenster Der Mann schließt der Frau das Fenster Vergessen 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 Die Frau vergisst Die Frau vergisst den Schlüssel Die Frau vergisst den Schlüssel Die Frau vergisst dem Freundin den Schlüssel Die Frau vergisst dem Freundin den Schlüssel Verstehen 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 Der Schüler versteht Der Schüler versteht Der Schüler versteht Der Schüler versteht Die Frage Der Schüler versteht die Frage Der Schüler versteht dem Lehrer die Frage Der Schüler versteht die Frage Besorgen 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 Der Freund besorgt Der Freund besorgt Das Ticket Der Freund besorgt Das Ticket Der Freund besorgt Das Ticket Der Freund besorgt dem Kollegen das Ticket Schicken Der Freund besorgt dem Kollegen das Ticket Der Freund besorgt dem Kollegen das Ticket Schicken 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 Die Frau schickt Die Frau schickt Die Frau schickt das Paket Die Frau schickt dem Mann das Paket Die Frau schickt dem Mann das Paket Essen 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 Das Kind isst Das Kind isst Das Kind isst Das Kind isst einen Apfel Das Kind gibt dem Hund ein Stück Fleisch Das Kind gibt dem Hund ein Stück Fleisch Trinken 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 Der Mann trinkt 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 Wasser Der Mann trinkt Der Mann trinkt der Frau Wasser. spielen spielen das Kind spielt das Kind spielt ein Spiel das Kind spielt ein Spiel das Kind spielt dem Freund ein Spiel arbeiten arbeiten der Vater arbeitet der Vater arbeitet als Ingenieur der Vater arbeitet an einem Projekt wohnen wohnen die Familie wohnt die Familie wohnt mit einer anderen Familie in einem Haus fahren 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 der Fahrer fährt der Fahrer fährt der Fahrer fährt das Auto der Fahrer fährt das Auto der Fahrer fährt den Passagier mit dem Auto laufen 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 der Junge läuft der Junge läuft der Junge läuft den Park der Junge läuft den Park der Junge läuft dem Hund durch den Park machen 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 die Frau macht die Frau macht die Frau macht die Frau macht einen Kuchen die Frau macht dem Kind einen Kuchen die Frau macht dem Kind einen Kuchen die Frau macht dem Kind einen Kuchen sagimmt sagen 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 das Mädchen sagt das Mädchen sagt das Mädchen sagt das Mädchen sagt die Wahrheit Das Mädchen sagt die Wahrheit. Das Mädchen sagt der Mutter die Wahrheit. Das Mädchen sagt der Mutter die Wahrheit. Geben Geben Das Kind gibt Das Kind gibt Das Kind gibt den Ball. Das Kind gibt den Ball. Das Kind gibt dem Mann den Ball. Das Kind gibt dem Mann den Ball. Das Kind gibt den Mann den Ball. Das Kind gibt den Mann den Ball. Das Kind gibt den Ball. Das Kind gibt den Mann den Ball. Das Kind gibt 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 den Ball. Mein Vater kauft der Mutter Blumen. verkaufen verkaufen der Verkäuferin verkauft der Verkäuferin verkauft der Verkäufer verkauft das Auto der Verkäufer verkauft das Auto der Verkäufer verkauft dem Mann das Auto der Verkäufer verkauft dem Mann das Auto zeigen zeigen die Lehrerin zeigt die Lehrerin zeigt die Lehrerin zeigt das Bild die Lehrerin zeigt das Bild die Lehrerin zeigt den Schülern das Bild die Lehrerin zeigt den Schülern das Bild schicken schicken mein Freund schickt mein Freund schickt mein Freund schickt eine Nachricht mein Freund schickt eine Nachricht mein Freund schickt der Schwester eine Nachricht mein Freund schickt der Schwester eine Nachricht nehmen nehmen der Junge nimmt der Junge nimmt der Junge nimmt den Ball der Junge nimmt den Ball der Junge nimmt dem Mädchen den Ball weg Der Junge nimmt dem Mädchen den Ball weg. bringen bringen Die Kellnerin bringt die Kellnerin bringt die Kellnerin bringt das Essen die Kellnerin bringt das Essen Die Kellnerin bringt dem Gast das Essen Die Kellnerin bringt dem Gast das Essen. Erzählen Erzählen Der Großvater erzählt. Der Großvater erzählt. Der Großvater erzählt eine Geschichte. Der Großvater erzählt dem Enkel eine Geschichte. Der Großvater erzählt dem Enkel eine Geschichte. Schenken Schenken Die Schwester schenkt ein Buch. Die Schwester schenkt dem Bruder 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 ein Buch. Der Arzt empfiehlt das Medikament. Der Arzt empfiehlt das Medikament. Der Arzt empfiehlt dem Patienten das Medikament. Der Arzt empfiehlt dem Patienten das Medikament. Die Bäckerin backt dem Patienten das Medikament. Die Bäckerin backt dem Kunden Brot. Die Bäckerin backt dem Kunden Brot. Zeigen Zeigen Der Künstler zeigt Der Künstler zeigt Das Gemälde. Der Künstler zeigt Das Gemälde. Der Künstler zeigt Das Gemälde. Erklären 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 Der Lehrer erklärt Der Lehrer erklärt die Aufgabe. Der Lehrer erklärt die Aufgabe. Der Lehrer erklärt die Aufgabe. Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe. Antworten Antworten Die Schülerin antwortet Die Schülerin antwortet Die Schülerin antwortet Die Schülerin beantwortet die Frage. Die Schülerin antwortet dem Lehrer. Die Schülerin antwortet dem Lehrer. Wünschen Wir wünschen Wir wünschen einen schönen Tag. Wir wünschen einen schönen Tag. Wir wünschen dem Freund einen schönen Tag. Wir wünschen dem Freund einen schönen Tag. Wir wünschen einen schönen Tag. Wir wünschen den Akkusativ mit Verb helfen. Sie hilft dem Kind. Sie hilft dem Kind. Wir wünschen den Tag. 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 rufen der Vater ruft der Vater ruft den Hund der Vater ruft den Hund der Lehrer ruft den Schülern zu Hilfe kochen kochen die Mutter kocht die Mutter kocht die Mutter kocht das Essen die Mutter kocht der Familie das Essen malen malen der Junge malt der Junge malt ein Bild der Junge malt ein Bild der Junge malt der Schwester ein Bild tragen tragen die Frau trägt die Frau trägt die Frau trägt die Tasche die Frau trägt die Tasche die Frau trägt dem Mann die Tasche die Frau trägt dem Mann die Tasche lesen 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 der Schüler liest das Buch der Schüler liest der Klasse das Buch vor der Schüler liest der Klasse das Buch vor zeigen 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 die Frau trägt dem Mann die Tasche der Lehrer der Lehrer zeigt die 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 Der Lehrerin zeigt den Schülern das Video. bauen Der Mann baut Der Mann baut Der Mann baut ein Haus Der Mann baut ein Haus Der Mann baut der Familie ein Haus Der Mann baut der Familie ein Haus holen holen Die Frau holt Die Frau holt Die Frau holt die Zeitung Die Frau holt dem Mann die Zeitung Die Frau holt dem Mann die Zeitung öffnen 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 der Junge öffnet der Junge öffnet der Junge öffnet die Tür der Junge öffnet die Tür der Junge öffnet der Schwester die Tür der Junge öffnet der Schwester die Tür schließen schließen der Mann schließt der Mann schließt der Mann schließt das Fenster der Mann schließt das Fenster der Mann schließt der Frau das Fenster der Mann schließt der Frau das Fenster der Mann schließt der Frau das Fenster der Mann schließt das Fenster die Mrichtung Vergessen Die Frau vergisst Die Frau vergisst Die Frau vergisst den Schlüssel Die Frau vergisst den Schlüssel Die Frau vergisst dem Freunden den Schlüssel Die Frau vergisst dem Freunden den Schlüssel Verstehen Verstehen Der Schüler versteht Der Schüler versteht Der Schüler versteht die Frage besorgen Der Freund besorgt Der Freund besorgt Der Freund besorgt dem Kollegen das Ticket saker schickt schicken schicken Die Frau schickt dem Mann das Paket. Essen Das Kind isst. Das Kind isst einen Apfel. Das Kind isst einen Apfel. Das Kind gibt dem Hund ein Stück Fleisch. Das Kind gibt dem Hund ein Stück Fleisch. Trinken Trinken Der Mann trinkt Der Mann trinkt Wasser Der Mann trinkt Wasser Der Mann trinkt der Frau Wasser Der Mann trinkt der Frau Wasser Spielen 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 Das Kind spielt ein Spiel. Das Kind spielt dem Freund ein Spiel. Arbeiten 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 Der Vater Der Vater arbeitet als Ingenieur. Der Vater arbeitet an einem Projekt. Der Vater arbeitet an einem Projekt. Wohnen 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 der Fahrer fährt der Fahrer fährt das Auto der Fahrer fährt den Passagier mit dem Auto laufen der Junge läuft der Junge läuft der Junge läuft den Park der Junge läuft den Park der Junge läuft dem Hund durch den Park der Junge läuft den Park machen machen die Frau macht die Frau macht die Frau macht einen Kuchen die Frau macht einen Kuchen die Frau macht dem Kind einen Kuchen die Frau macht dem Kind einen Kuchen der Jäger von der Jäger von der Jäger Vielen Dank.